herzlichen dank ich freue mich außerordentlich dass ich ausgewählt worden bin und ich bin sehr froh dass ich eingeladen worden war denn diese aufführung die wir da am mittwoch hatten war eine der ganz besonderen aufführungen wo wir karl heinz kennengelernt haben wo wir diesen mann mit seiner schwiegertochter kennengelernt haben die übrigens katja hieß und natürlich mit unserem brillenspezialisten ja ganz ganz herzlichen dank ich kann leider nicht in neuulm sein und ich kann ihn versichern ich kann euch versichern ich wäre wesentlich lieber in neuulm denn ich habe jetzt gleich eine premiere und wenn ich auf diesen abend verzichten könnte hier würde ich diesen abend bei ihnen bei euch dort waren sie nicht gerne mit euch feiern ja herzlichen dank ich hoffe auf ein wiedersehen ich hatte riesige freude und heute noch mal und ich denke wenn ihr alle stricke reißen dann kann ich sagen okay in stuttgart ja im renitenz das war nix aber in neuulm da war es so dankeschön tschüss schönen abend trinken sie ein bier auf mich lassen sie es anschreiben ich zahle das dann wenn ich das nächste mal wieder da bin